genau schlag auf edda ein und er ist tot ja das war ein interessanter kampf gegen den eisenmann top film alles mögliche sogar sehr viel kupfer aber das hier gewährt knisternden blitz warte mal gucken wir mal gewährt knisternden blitz ja es ist ein ding also zauber also einfach ein blitz der hervorgerufen wird fast der der wirkern wird zu einem libelligen generat beim mächtigen cc sports den einer kranlinie rausschießt von wenn anprallt und allen in seinem weg schaden zufügt chance sein gegen den elektrizitätsangriff zurückzuwirfen 20 prozent chance auf einen schock schaden angriff ging dass sie bei einem kritischen nahkampf treffer warum gehen wir das nicht paläkina und der rest ist eigentlich tant und geld ja kann ich mit leben brusannisch der ehrenkarte den könnte ich außergewöhnlich machen theoretisch das verrückte schwert oder dem stolz des dukes geben trotzig minus fünf prozent der littner schaden verbessert sich wenn der träger gesundheit verliert ja also paläkina ist eine glaskanone die muss gesundheit verlieren so damit haben wir das erledigt haben auch gleich mal die gruppe aufleben können die wir dann nachher haben wieder geld verdienen können haben einen interessanten kampf weil meine anspruchsvollen kampf die wir schaffen konnten hinter uns so quick save ein schiffswrack durch schiffswrack seine segel hängen vor dem masten wie spinnenwebel zerfällt von kanonenkugeln und ume mit herzigen winden der ruft des schiffs ist zersplittert und verbogen aber im inneren könnte noch etwas wörtvolles zu finden sein das wagt durch so farben der valianischen handelsgesellschaft ist ok ich suche drei stunden ich habe reis gefunden ok milch das ist auch gut nichts gefunden noch mehr reis 16 medizinische vorräte und ich werde wieder gejagt geh weg ja zum glück verlieren die irgendwann das interesse an mir wenn sie merken dass ich zu schnell bin als dass sie mich einholen können oh wasser wir verlieren jetzt ein bisschen moral aber solange sie noch auf 90 ist alles gut also über 90 sofort todes licht das heißt wenn wir da rein wollen brauchen wir die richtige flagge nämlich die farben der prinzipie dann speichern wir machen wir ein quick save und steuern jetzt auch vor todes licht aus dem fernschleuer aus dem felsigen schaden erhebt sich vor todes licht am horizont sich einer piratenfest zu nehmen ist selbst für den geschickten seffahrer riskantes unterfangen gegen schiff das nicht unter der prinzipie flagge fährt und in den untiefen von todes licht gesichtet wird läuft gefahr geändert zu werden beim eisernen sack von abedon captain die kanonen sind ja noch größer als sie sie in erinnerung hatte sie rafeln sie vom deckhaus auf die festung und pfeift leise ich kann bei dem wachen ein gutes wort für dich einlegen wenn du dafür sorgst dass wir anlegen können ohne in stücke geschossen zu werden ansonsten empfehle ich das heimlichste vorgehen das dir möglich ist ja eine prinzipie flagge hissen und am hafen vom todes licht anlegen in einem boot im schutze der nacht die küste rudern vor todes licht angreifen davon segeln eine flagge hissen mit einer prinzipie flagge die wild in deinem mast weht segelst du umgehend in den hafen und verteust dein schiff am dock die docks will nur so von seemännern ihnen alters und volkes viele von ihnen tragen bunt zusammengewürfelte und von zahlreichen kämpfen zerschlissene kleidung mit pistonen an gurten um hüften und oberkörper sie be- und entladen schiffe mit kräftigen armen und grinsenden sonnengegärbten gesichtern lachen fluchen und schreien wild durcheinander und rotzen auf die zersplitterten stege des docks aus dem gedränge heraus erscheinen prinzipie wachen um dich zu empfangen sie betrachten dich nur oberflächlich und liegen dich schnell weiter du gehst hoch zum hauptor des vors ja ich will nicht unbedingt zerschossen werden ich will aber auch nicht in ein himmelsfahrtskommando geraten wenn ich mit einem boot da reinsegel und nicht mehr rauskomme und wirklich krach mit der anführerin des vors und den vorwachen habe ich ja nicht nur mit dem einen piraten in der taverne wahrscheinlich oder sonst wo sich sonst wo versteckt das könnte funktionieren ja vor todeslicht mit jahr 2823 also ja anhof hat gesagt das könnte funktionieren solange wir dafür sorgen dass ihr der ruhig bleibt ja vor todeslicht zum hof zum kerker zur schmiede kaufmann zum östlichen bollwerk zum östlichen innenhof und zum hafen natürlich hoffentlich würfelst du nicht noch ein paar was jeder sehbär zieht zu meinen freunden da schießt auch dich ein ok wir können uns ja auf jeden fall scheinbar bedienen wir müssen es ein bisschen ich will nicht mit denen auch mal wieder ein hundi hat die plus eins macht gruppeneffekt plus fünf reflexe palmstein und öl am oberen fest am oberen fest hängt an einem holzkran eine palette von schirmfässern über dem kopfstein gepflasterten hof die palette schaukelt leicht und ihr hampt seid echt unter der belastung ein durchwerfen um das lastzeit zu durchtrennen ein feilschießen um das lastzeit zu durchtrennen ein zauberwirken um das lastzeit zu durchtrennen weggehen ok ich habe gerade keine ahnung warum ich das ding durchtrennen sollte gucken wir erstmal wer du bist wenn du hast deinen namen will kann ich dich um ein bisschen von deinem geld erleichtern täubchen willst du dich uns anschließend spaß haben oder bist du hinter gesöffert informationen her der berat betrachtet dich von kopf bis fuß und begutachtet dich seine lippen verziehen sich in einem listigen lächeln er wirft zwei würfel die über dem boden mit seinem kopfsteinpflaster klappern ich spiele eine runde bevor wir anfangen will ich dir erstmal die regeln erklären du kannst auf hoch setzen wenn du glaubst dass die würfel mehr als sieben ergeben du kannst auf niedrig setzen wenn du glaubst dass die würfel weniger als sieben ergeben in beiden fällen gewinnst du das doppelte oder nichts und die letzte regel du kannst auf sieben setzen wenn die würfel insgesamt genau sieben ergeben gewinnst du das vierfache deines einsatzes 100 pils per roll of the dice 100 pils für einmal würfeln bist du sicher dass du es riskieren willst ich setz auf niedrig schlanken auge schüttelt die würfel seiner hand er bläst darauf was ihm glück bringen soll dann wirft er die würfel eine 12 okay okay lass verloren kommen wie schade mit dem leisten lachen greift er nach dem würfel noch einmal würfeln okay ich setz nochmal auf niedrig ja eine 4 ja mit einem knurren wirft er dir das doppelte deines einsatzes das ist so gehen wir mal auf die sieben eine 9 okay dann vergiss es er zockt mit den schultern ich bin auf der suche nach captain ben werfen ich bin doch nicht der hüter meines captains und ich werde dich ganz gewiss nicht fragen was du mit was du von brutale ben willst mit einer kopfbewegung deutet er nach rechts du sollst es am hof nach ihm sehen wenn er sich nicht gerade schießübungen veranstaltet geht zu der bestimmt wieder sein cimbalo oder er besäufzt sich zwei oder drei möglichkeiten lassen sich dort erledigen aber verrat ihm bloß nicht dass ich dich geschickt habe wenn du ihn siehst na gut dann lebt mal wohl das war ihr erster versuch mit dem strick es war zu lang und hat dem armen schlucker glatt den kopf abgestehen ein paar sowas geht doch gar nicht das ist es ich sage dir ich habe es gesehen nussstreifen sind am strick dieser schlinge zu sehen hm dieser galgen ist mit möwen gut übersät aha ich habe gehört der fliegende henke hat eine neue mannschaft nussloser nett das getrissert auf diesem banner lautet schutz war gesperrt das fischgesicht habe ich noch nie gesehen was heißt dass hier oben nichts verloren hast warum das denn als ob das als ob du so heiß aussehen würdest mit der oben hin auf das ganz kein grund unhöflich zu werden ist nicht so dass ich dir nicht trauen würde aber ich traue dir nur halb so weit wie ich dich werfen kann also bring dich besser raus gut also hier hoch können wir nicht noch ein paar mehr davon sie werden glauben wir hätten etwas vor mhm wie läuft es auf hoher see also ja hier sind sachen die wir klauen könnten aber du bist ein händler oder gefällt dir was du siehst zeig mir was du zu verkaufen hast die blutigen glieder außergewöhnliche rüstung ist gar nicht mal so teuer mörderhandschuhe stiefel des ausweichens reflexe oh die sind mal gekauft mhm enterhaken kann man immer gebrauchen nehme ich die auch beide mit und die brecheißen auch und gibt mir auch eine niedrige das sind alles nur gute waffen reis ja komm gib mir mal die 6 reis die du da noch hast was hätte ich noch gerne eigentlich ist dieses ding gar nicht mehr so schlecht gewährt blutbecken das 5 auf alle verteidigung ok die blutigen glieder ist eine müdlere rüstung ist ein blutverspiertes blättene na nicht ganz so sehr ah die stiefel finde ich gut so können wir irgendwas aus unserem versteck loswerden die beiden pistolen zum beispiel die akke buhse kann weg zauberbuch eines untoten zauberers davon haben wir so viele genauso wie das zauberbuch des zaubermachers die fackel die da überschüssiges kann weg dann können die ganzen schwerter mal weg so so billig zeug können wir gut verkaufen gute rohbe wir haben ja außergewöhn wir haben paar außergewöhnliche hier verkaufen wir mal drei stück davon und die gute wobei ich will demnächst besonderes hier den mund stecken deswegen verkaufen wir nur standard zeug versuchen damit unserem preis etwas zu drücken und ja dankeschön würde ich mal sagen dann